Komm, lass mich dir hoher helfen! Du Mist! Ich fliege jetzt, stopp doch endlich mal! Und so ging ich... ...an den ersten Hilfskrank. Versuchte... ...die Welt zu retten. Indem ich hier raus... ...und an die Oberfläche gelang... ...um diesen gesamten Schlamasser ein Ende zu bereiten. Ich musste mit der Bahn fahren. Nicht wissen, wo sie mich hinführen sollte. Umgebe von Zombies und Soldaten und anderen Kreatoren, die alle nur versuchen würden, mich umzubringen. Ruhe! Nein, du Sack! Mein Zug! Es zog mich hoch... ...ohne jenige Vorwarnung. ...überall... ...waren nur Tote. Ich konnte nichts tun. Und da war die Musik zu Ende. Ja... ...ich hör doch jemanden. Ich mach mal voll Gas hier. Ruhe! Mach mal voll Gas hier! Ruhe! Los, voll Gas! Los! So, werden wir mal kurz hier... ...hier... ...gibt's hier nichts? Nö, gut. Freuen wir mal nicht kurz hier... ...das da vorne ist, wenn ich so... ...geheuer... ...und... ...ja... ...war klar... ...abschalten! So, und jetzt? Hm... ...puh, weiß nicht. Da kann ich natürlich nicht durch... ...hier will ich rein... ...da komme ich durch, durch... ...weiß ich nicht... ...gehe... ...ähm... ...jetzt ist ja der Strom... ...au... ...aus... ...alt, da oben geht's noch... ...oh... ...mach mal hier... ...ja, laden wir das mal nochmal... ...bis da schon hier... ...hüpp... ...haja... ...hüpp... 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 ...äh... ...ja... ...ich bin... ...friedliebend, ich liebe Tiere... ...und... ...jagse gerne in der Luft... ...hüpp... 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 Oh, halt. So, damit ist das schon mal geöffnet. Geht's hier runter? Hallöchen, Kollege. So, mehr gibt's hier nicht. Hallo. Jo, dann hangeln wir uns mal dort runter. So, hier müssen wir den Stecker... Wo ist der Stecker da drüben? Oh, hier drüben, drüben. So, jetzt... So, und jetzt Strom wieder anschalten. Hopp. Hopp. Erwittet ihr schon, dass ich Vortigons hasse? Wo kommt ihr denn hier? Jetzt muss ich natürlich... Ey. Äh, lass mich. So. Jetzt muss ich natürlich da rein, um die Liebe knackt der Tür offen zu kriegen. Aufzukriegen natürlich, nicht offen zu kriegen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, das wär das. Tür auf. Und natürlich muss wieder so ein Heinz daherkommen. Ich muss mir alles ruinieren. Du, Heinz. So, dann... Auf in die geschwundenen Winde oder irgendwas. Ich trau dem Ganzen nicht. Ich trau dem Ganzen nicht. Dach ich mir doch. Oh, aber... Oh, ey. Sag mal. Ist hier jetzt mit jeder beschissenen Stufe oder was? Was? Hallo? Ich will hier aussteigen. Enthalte Station. Lasst mich! Jo, hier ist nischt. Aber ich hab da auf der Innenetage da gesehen, dass es dort Leben gibt. Fremdes Leben. Lasst mich gefälligst hier hoch. So, hier ward nicht. Da ward eh ne Höhe. Diese Leitern. Diese Leitern. Weiter. Leitern. So. Hm, was mach ich jetzt bitte? Aha. Major Structure detected. Ja, nee. So, mal hoch hier. Wie meint das jetzt? Ah, oh, ah, den Sack. Ähm, ja, läuft ja super. Nee, aber jetzt ehrlich. Wie meint das? Verdammt, daneben. Bisschen höher. So. Das wär das. So, James Bond. Kann ich hier unten durch? Äh, das ist ein Nein. Kann ich hier entschärfen? Nö. Alter, wieso ich hier durchkomme? WUAH! Nicht nochmal. Hüpp! Leck mich auch mal. iser. Jaa. Moment, besser. Ich bin nicht meiner nach links. Wenn es geht. Oder auch nicht. Einer ist da drüben. Irgendeiner ist noch rechts. Den hier kann ich eventuell selber. Aber ich weiß nicht, wo der dritte ist. Egal, Ena ist schon mal ausgeschaltet. Lassen wir es mal so. Aua. Du meinst Schmerz! Ah, die da ist im Gefahr nicht. Hüp. Ja. So, es heben. Ja, leck mich am Arsch. So, den Mon bei der. Wir haben Abfall am Auto. Oder an der Bahn. Huch, Ladebildschirm. Mensch. Kapitel 4. Der Abfall am Zug. Na los, komm jetzt. Ladebildschirm. Dauert so ewig lange. Könnte ich ja ein Lied von singen. Verpisst dich von meinem Zug. Vergebung. Döde, 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 döde. Wo ist das Scheißteil? Geil! Hup! Hm? Hup! Ach daaaah! Aha! So, ich mach' ich das jetzt. Gefällt mir überhaupt nicht. So, Moment. Äh, jetzt hoch! So, guckte einfach mal in die Richtung. Ansonsten ist hier keiner. Sooo. So, Hallöchen! Älllllll... Löhchen ging super also irgendwie komme ich damit nicht klar Jo, probieren wir mal auf andere Weise Rambo! ja na 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 na, da padan Stopp Freeman! Warum? Ich hab dir doch überhaupt nichts getan Warum bin ich jetzt eigentlich der Böse? Ich hör die doch gegeneinander kämpfen Ich seh dich doch Moment Wo ist er hin? Zurück zum Wagen erstmal Was ist hier überhaupt los? Komme ich hier durch? Was gibt's für Probleme? Erstmal eben auch sammeln und ja, sieht so aus, als ob die Endstation ist und schauen wir uns erstmal um So, die sind voll So, die sind voll Aber da, die muss ich auch mal öfters benutzen Die und Granaten benutze ich ja kaum Und ich könnte dringend mal wieder Revolverammo gebrauchen Ja, 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 ja Hopp Huah! Alter! Du hast mich zu Tode erschreckt! Kannst du doch nicht machen Kannst du doch nicht machen Das war Unabsichtlich Entschuldigung Ne, ich lad jetzt nicht nochmal neu Ist mir zu blöde So